Ich bin Kreisvorsitzender in Ludwigsburg, darauf bin ich stolz und Bundestagskandidat. Ja, mein Name ist Adrian Kuschnig, Marcit hat mich zum Token gemacht. Ich war in der SPD, dann SPD-Wir bist der Roten Deutsche. Ich komme eigentlich von der Gewerkschaftsseite, bin seit 33 Jahren in der IG Metall, aktiv als Vertrauenskörpervorsitzender, bin stellvertretender Vorsitzender der AFA im Ostalbkreis und der SGK im Ostalbkreis.